Die Reste einer alten germanischen Wallanlage und dazu die Reste eines der ersten Leerpfade überhaupt in Deutschland hier aus den Zeiten des Nationalsozialismus. Das sind einige der Zutaten für mein neuestes Video hier vom Gerdnerberg. Und zum Nachtisch gibt es noch herrliche Aufnahmen hier vom Burgwerkturm. Ich freue mich auf die Premiere. Vielen Dank.